Ich lache, weil ich habe wieder eine wichtige Nachricht. Erstmal, Alter, was geht ab, Leute? Wie gesagt, wieder mit einer wichtigen Nachricht. Und zwar schaut dieses Video, bevor ihr schlafen geht. Denn morgen ist der Verkauf für die Tickets für die Safari Zone Liverpool. Es ist first come first serve. Das heißt, die ersten, die sich anmelden und erfolgreich das kaufen, die kriegen auch die Tickets. Kein in den Topf schmeißen und dann auslosen, dies das. Kein jemanden einladen. Die ersten, die kaufen, die bekommen auch das Ticket. Bis keine Plätze mehr da sind. Wie viele Plätze es gibt, weiß ich nicht. Aber bereits 2017 war es innerhalb von einer Minute ausverkauft. Ich habe eins mal live gemacht. Das war für Prag. Und da habe ich eine Frage nicht gecheckt, weil die auf Tschechisch war. War übrigens die Postleitzahl, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, und das Ticket habe ich nicht bekommen. Für Oberhausen damals, das war auch live. Also ich habe es aufgenommen mit dem Handy damals. Wir waren in Pasing angemeldet. Und alles hat gehangen. Und zum Glück habe ich es bekommen. Und viele nicht. Und das war damals, 2017 schon so klasse. Klar, das hier kostet Geld. Aber ich denke dennoch, das wird sehr, sehr beliebt sein. Auf jeden Fall. Das ist morgen um 9 Uhr. 8 Uhr GMT. Und ich habe es hier mal gegoogelt. 8 Uhr GMT. Greenwich Mean Time. Ist 9 Uhr in Deutschland. Plus eine Stunde. Das heißt, denkst du dann morgen früh um 9 Uhr, falls ihr ein Ticket haben wollt. Bereit sein. Handy oder PC oder was weiß ich anhaben. Bereit auf der Seite sein. Ganz genau weiß ich gar nicht, wo die Seite überhaupt ist. Das wäre vielleicht ein guter Hinweis, welche Seite überhaupt. Aber am besten wieder auf Facebook schauen, weil letztes Mal war es auch auf Facebook. Oder im Spiel. Wahrscheinlich im Spiel diesmal, weil das haben die ja so neu gemacht. Im Spiel dann irgendwo oben rechts bei Neuigkeiten und dann auf Event kaufen und sowas. Wie bei den Dortmund-Tickets und sowas. Und dann hoffen, dass man ein Ticket bekommt. Euch für Glück, viel Erfolg. Ich werde es auch versuchen. Und dann, falls ich eins bekomme, geht es auf nach Liverpool. Will mal liken, subscribe, kommentieren. Checkt die Analyse ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokemon is business.